Du hast gesagt, die Entscheidung, ob sie bleibt, trifft ein Ehemann. Und ich sag dir, ich bin nicht zufrieden. Na mal, wieso? Ile, es ist doch klasse. Das seh ich anders. Wieso? Was macht sie denn falsch? Also, erstens mal, sie rott meine Snacks weg und ich such dann überall danach. Ja, zum Glück verlierst du mal ein paar Kalorien, bevor du wieder einen Käsekuchen inhalierst. Ja, siehst du. Genau das Stinkbeer steckt unter einer Decke. Was redest du da, sag mal? Ja, ihr lacht über mich.